RTV präsentiert Wirtschaft macht Schule. Ein landesweites Pilotprojekt der IHK Bildungsoffensive. Die Frage nach der Berufswahl beschäftigt im Laufe der Schulzeit jeden Schüler. Bei der großen Auswahl ist es gar nicht so einfach, den richtigen Beruf zu wählen. Deshalb hat die IHK Karlsruhe das Bildungsprojekt Wirtschaft macht Schule ins Leben gerufen. Dabei wird jeder Schule mindestens ein Partner aus der Wirtschaft an die Seite gestellt. Sodass es einen Austausch zwischen Schule und Unternehmen gibt. Wir haben also beispielsweise die Sparkasse, wir haben Krankenkassen, wir haben Gemeinde, wir haben aber auch Handwerk, wir haben Hotelbetriebe, sämtliche Dienstleister und wir haben eine Direktmarketingagentur. Und wir haben ganz viele Möglichkeiten, Bewerbungen zu proben, Schüler auszubilden, Schüler weiter voranzubringen, sich gut zu präsentieren, sich kundig zu machen. Die Idee hinter Wirtschaft macht Schule ist nämlich, dass die Schüler direkt vor Ort in die Unternehmen hineinschnuppern können. So sollen sie erste Erfahrungen über den Arbeitsalltag sammeln, vielleicht ihren Traumberuf finden oder einen Beruf ausschließen. Normalerweise gehen Unternehmen solch eine Kooperation mit einer Schule ein. Dieses Mal war es das erste Mal, dass eine Gemeinde den Vertrag mit der Schule geschlossen hat. Als Gemeinde oder als Politiker redet man ja oft über Dinge und versucht, andere zu animieren. Und ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn man selber etwas tut und dadurch dann andere animiert, einem nachzueifern. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Kooperation, ein Beispiel zu geben für alle anderen Unternehmer. Mit dem Kooperationsvertrag und der daraus resultierenden Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen ist das Projekt Wirtschaft macht Schule aber noch nicht abgeschlossen. Im nächsten Schritt wird die IHK Karlsruhe die Ausführung dieser Kooperation bewerten. Es gibt gewisse Qualitätsmaßstäbe. Wir haben einen Qualitätsbeirat gegründet. Der tagt jetzt wieder im Mai und wird eine Evaluierung vornehmen aller Schulen, die in Wirtschaft macht Schule sich beteiligen in Kooperationen. Und da gibt es dann ein Sternemodell, also von vier Sternen, fünf Sternen, je nachdem, wie gut die Schule ihre Arbeit macht. Aber nicht nur deswegen sollte sich jede Schule anstrengen, ihre Kooperation so gut wie möglich auszuführen. Denn jeder Schüler ist ein Azubi der Zukunft und jeder einzelne von ihnen wird durch den anstehenden Fachkräftemangel gebraucht.